mit dabei muss man ständig und auch noch als gast dabei ist der thomas sollte mit den namen heute nicht so aber ich glaube durch hört man sich hört man nicht weil du es nicht eingestellt dass auch nicht ich wollte gerade sagen hat inkontinenz material an die wo ich komme in deine lobby warte ich bin alleine alleine da kann man ja aufträge machen stimmen timo hat sich offline gestellt bin ich bin ich nicht oder ich bin online nicht ne timo du wirst in meiner fl nicht angezeigt da macht das bis gleich ja aber der dem der eltern die partie von der woche einladen war das private barriere mache ich dann abby wo bist du ich habe ein auto geklaut ja er hat mich endlich an er hat es total verpeilt das habe ich heute morgen schon niemand zeigt bei den ich war das nicht ich weiß gar nicht von was die reden ich suche mir eine neue lobby und hat jemand bock aufs dann trennen ja wir warten ist er ist ziemlich schon wieder online weiß dass einer ich gucke auch gerade entschuldigung an meine zuschauer weil ihr jetzt gerade wieder einen blauen bildschirm hat aber ich gucke ob team online ist besser noch nicht komisch ist eine ps4 gefließt oder was bei mir runterfahren hat hat ihm im spiegel hat er im spiegel gesehen und hat sich erschreckt ledetb jetzt soll dann er ü ab wie man hört dich nicht im stream in stellungen stimme immer zulassen dann hört man dich auch im stream näher youtube qb sun ak ja gib einfach mal ein qb sun nein alter jetzt bin ich zwei klassenkameraden nachgejoint in die lobby mal sehen welches level sind die denn er machte die mal ein bisschen besser den stream ich hasse es wenn ich mich doppelt höre jetzt in energy werke ich muss bis zum probol wach bleiben ja wenn auch ein agnes ja dann ruft ihn an ich muss halten was er seit drei millimeter kampfstache war schön ein millimeter länger gewonnen Oh wow. Ja? immer immer wenn das bier fertig war erstmal ein probeschluck dann jemand mein team einladen oder anrufen dass er sein arsch bewegen soll weißt du bist in seiner lobby richtig warte ich schon mal nach hat er sich auf offline gestellt der penner was für ein penner kriegermann am rennen muss mal hingehen in eine klatschen warum hinfahren ich fliege da mit einer hüte auf ihn zu und springt vorher ab siehst du nur so die hüte auf ihn so zufliegen oh die qualität dr k k k k k stimmt es was mache ich denn da ja ich wollte mit dem auto raus ich weiß auch mit welch aber wir sind in der lobby von zwei klassenkameraden von mir immer noch aber der eine hatten all lock all das ist der 317 oder so hatten all lock all nee das maker auto will ich nicht nehmen ich hoffe ich bin in der richtigen garage da bin ich welche alltagsprobleme ich mach mal radio an Wo sitzt er denn? In welcher Ecke ist er denn? Ach, da oben, wo das rote Flugzeug ist. Okay, ich bestelle mir meine Hydra und räume mal da oben auf. Hallo, das ist Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Great. Great. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you'll be happy, sir. Oh, Gott. Ah, zuweil! Uh, sauberer Drift. Trotzdem habe ich einen Kratzer auf dem Knack. Nein! Boah! Das wollte ich nicht, Alter. Alter, ich muss dich gar nicht driften. Oh. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Sie muss auch in Passivmodels, Alter. Er ist in Pussymodels. Oh, shit! Oh. Hab meine Motorhaube verloren. Vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich Manuel Neuer. Ah, geil, das ist ein geiles Lied. du, 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 du. ganz schnell in. Ah, steht da. Er hat die, er hat das Spiel verlassen. Mensch, Timo! hier und dann gehen wir mal ein paar leute da oben ab da immer noch ab ok ich komme das spiel verlassen manch Terror warum verlässt du? Warum sterben die da alle nach und nach wie die fliegen? Haben die alle den leichten Ausweg oder spielen die irgendwo runter? Ich weiß nicht, aber da fliegt jemand ein Jedi, den Geier hier jetzt. Oh, das wird ein Battle, Alter Hydra Battle. Alter, der hat mich. Na, mit Lankraketen kriegst du ihn nicht. Der hat's drauf mit dem Vieh. Was? 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 Kann der Thor? Nein, es kommt nicht Party. Alle sind positive, aber, alter. Und Timo steht hier immer noch. Nee. Bitteschön für ne Animation, ey. Na jetzt. Yo. Ich fahr da mal. Im. 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 Was gibt es hier im Tunnel, Alter? Oh! Heee. Oh, okay, gut. Ich rück mein Trap, äh, letzter Hand, Alter. Was hat Timo geschrieben? Was hat Timo? Was hat Timo? Ja, in meiner Lobby ist er auch. Hm. Lade ich den jemand mal bitte zum Marty ein? Ja, fliegt ihn da in Heli. So, military base. Ich fang wieder das Drift, man. Das Namination, da muss ich hin, ich fang wieder. Oh, Gott. Komm gleich wieder. Einmal. Genau, das. Erstmal alle Waffen. Gut. Oh Gott. Ich mach mich kurz mal. Oh, fuck, ey. Anforderung. Wiener. Waren. Waren. Diese. Waren. Waren. ja das reicht schon danke ich habe gerade mein neid weiter das ist ein klassenkamerad von mir so dann fahren wir mal machen wir uns mal hier ein bisschen entgegen ich weiß gar nicht warum wir hatten mal eine challenge gemacht wir haben mit dem ruiner zu verbissen die city versucht ja leider gescheitert wuuh 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 warte ich mach mich mal eigentlich wollte ich Motorrad Club machen ey guck mal da voll in den Kopf ganz unauffällig Mahlzeit wer muss da einladen ich kann es nicht sonst zerbreche ich wieder mal ne Aufnahme oh ja ja aber jetzt schon wieder zwei sternen was hast du gemacht, Abi? ja, 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 lüg doch nicht so frech ja, ja, stimmt, du kommst ja in mein Gebäude ja nicht rein ich hab die geschickt jetzt müsstest du was das Rampenauto aber ich hab das bessere Spielzeug für uns jetzt reicht es, jetzt lade ich Timo wieder ein Jermaine, Alex, Streikhorn, Timo äh, äh, Thorsten du müsstest mal Timo einladen ich hab den Spielervorschlag gemacht so, welches Fahrzeug wollen wir denn aber ich hab das Richtige, ich ich hab schon das Richtige für uns schön heißes Pink, das Fahrzeug hier, der Pilot, Alter, der wollte sich mit dir schlagen hab ich sag eins wir werden gleich abheben lass mal auf guck mal wo wir landen das soll einer nachmachen du müsstest mein Cargoboard holen ich glaube von hier runter kommen wir nicht mehr doch ja warum rutscht du nicht rüber, ach so okay, dann fahr ich oder so DIMO Abi hat ein neues Spielzeug wo bleibt denn Timo, dass er noch nicht drin ist ach so, hat er gesagt zum abendspeisen gibt's ihn heute als Hauptgericht, oder was oh nein, Abi, nein, Abi, nein was machst du da ich muss hier raus lol, ich hab einen Feindschirm ich hab einen Feindschirm gehabt mein Auto ich komme, Baby wo stehst du wo stehst du komm runter so genau wollte ich das wer noch so ich habe einen Feindschirm ich habe einen Feindschirm und ich habe einen Feindschirm damit in der Was ist voll? Komm her, komm! Ja, Penner. Er ist tot. Ich war's nicht. Er ist tot. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Oh Gott, ey. Wär wohl. Versuch mal während eines Raketenboostes die Handbremse zu ziehen. Und dann mal gleich mal richtig ärgern, Alter, wir nehmen das Ramp-Auto und dann jagen mal sein Auto die ganze Zeit hoch. Wir können auch hier den, ähm, den Resident Evil-Wagen nehmen, da oben ist ein Geschütz, dann kannst du auch sein Auto zerstören. Oder das schwimmende Auto können wir auch nehmen. Oder wir nehmen den LKW. Na, komm. Kleinanfang. Wo ist er denn hin? Komm mal her, Dennis! Komm mal her, wir wollen spielen! Da wird's gleich richtig rum, dann. Schwupp! Der mit seinen kleinen Zentorno, Alter. Der wird gleich fliegen. Was macht er da? Oh mein Gott, und er verkackt den Sprung. Hier, die Autos stören, warte mal. Hä? Hatte beiden geparkt. Warte mal. Haben wir gleich. Alles klar. Steig ich bitte aus. Oh, guck mal. Timo! Ja, bitte. Ja, aua. Ja, arzt man. Ja, geht doch auch da. Ja! Der Nachnamen kann ich nicht auslassen. Ja, wir haben bis Woche 97. Äh, 79. Äh, lad mal ein, bitte. Bitte. Ah! Nein! Äh, CEO oder Motorrad. Ach so. Hier. Komm zum Flughafen. Okay, ah, ich hab's wieder auf Eier geworfen. Was hat da vor? Hey! Du musst mal ne Haftbombe auf dein Auto dran klähen, dann. Das war der... Und... Und... Das hat er. Ups! Falt er mit der Rakete oder? Nein, mit dem Rampenhaut. Hey, wie kann der denn dann sterben? Der ist nicht in der CEO drin und der ist gerade aus seinem Fahrzeug rausgestiegen, obwohl ich sein Auto hochgehebeld habe. Wetten der Verrache? Wetten? Ich wollte gerade Musik machen, aber ich hab gesagt, ach ja, nee, klinkt, ja. Wir sind an meinem Lagerhaus, wenn du uns suchst. An meinem Fahrzeuglager. Thomas sagt gar nix mehr. Thor ist nix. Naja, Thor. Du mal mit deinem Thomas, Mann. Ja! Marius? Moritz! Das... Deine Betonung von... Ja, Thor ist nix. Nenn diese mal diese Betonung von Andi. Moritz! So, aah. Guten Tag, ich hab ein besseres Spielzeug gefunden. Du kannst dich auch hinten draufsetzen. Du kannst dich auch hinten, wo die Anhängerkupplung ist, auch hinsetzen. Guck mal. Guck mal. Du kannst dich auch hinten draufsetzen. 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 Ja, schau. Du kannst dich auch hinten draufsetzen. Und du musst destruieren. Mann, auf. Zu schießen. Wir müssen noch Kimo abholen. Der Kimo. Steig auf! Timo, wo willst du denn hin? Wieso? Ah ne, das war wegen euch. Na ja, mach mal weg! Ohoho, wir haben einen verloren. Na, mach mal, mach mal. Fähigkeiten hören bestechen. Ich glaube mir... Er ist dumm, er ist gerade gestorben. Warum fahren die alle gegen uns? Was macht der denn da? Warum hast du Sterne? Ich auch nicht. Läuft bei uns. Guck mal, nach dem Auto. Hallo? Da wollen wir mal hin. Die Betonung liegt. Wah! Ach ja. Der Warumbo rückt auch immer näher. Ich habe gehört, wir in einem Raketenauto. Ich habe... Ich habe gehört, ich verlasse jetzt dies hier. Und gehst ins nächste. Ich geh zu. Ich häng an einer Lampe fest. Gesundheit. Patschi! Das war klar. Hier oben sind dann meine ganzen Fahrzeuge, die ich geklaut habe. Ja. Tun weh. Tun weh. Von was denn? Warum meine? Ach so. Ja, stimmt. Er hat ja... Er hat einen Tritt in die Nüsse gekriegt. Dein fucking Ernst? Hinter uns ist der Missbraucher. Ja. Ich hab die. Ich hab sie das für alle. Ja. Und ja. Warum steigst du aus? aber ich steig ein die bohlen kommen wir haben sie beide nicht mehr und ich glaube wir morgen an warum ich hier so umgebracht habe wer ist das denn ach der eine alte kopf geht in der zweiten fachfinger kann ich mir mal bitte anrufen Wenn du da keine Reifen drauf hast, dann kannst du mir helfen. Okay, okay, ich werde dich raus. Kein Problem. Lebe zu mir. Hast du da kleine Reifen drauf? Mhm. Wegen Papier Weg. Zum CO-Gebäude. Ich hole ein anderes Fahrzeug. Tschüss. Hey, man! Wer drückt denn da die X-Taste? Thomas! Was denn? Na ja. Na ja. Mann, Alter! Der kleine Thorsten. Ne, Thorsten. Der Thorsten rasiert gerade alle im BF1. Wer als erstes kommt bald zuerst. Hey! Hey! Tschüss! Du musst drehen, oder? Immer dasselbe mit Leuten. Guck mal! Andere Spieler! Gleich jagen! Oha! Oha! Was denn das BF1 getrackt? Okay. Ey, du Arschloch, Alter. Geh weg. Warum tust du das? Ist der zu schlapp, Armin? Ah, okay, okay, ich hab nicht getan. Wow, wow, ich hab ne Pristil, wow. Oh, ich hab gebetet. Ich bin los. Was ist denn, was ich bohlen? Wo ist mein Auto? Oh, das war der Bulle. Du bist ein Idiot. LJT hier. Oh, du hörst die Expression, money doesn't grow on trees? Well, it doesn't grow in your money factory either. Oh, ey. Ach, Langeweile haben sie. Wiese, wiese... Oh Gott, ey. Prügelt euch mal weiter. Ich suche mir eine neue Lobby. Ich suche mir eine neue Lobby. Oder so. Hedlidge. Äh, dass du deinen Kopf treffen kannst. Mach mir das mit, ich hab auch noch nicht. Hilfe, Hilfe! Oh, Quickscope, Alter! Ja, moin! Digga, das war ja so heftig. Mach, fick dich, Junge. Digga, ich bin so down. Ich bin so down. Digga, ich war so down. Ich schwöre, ich hab außerhalb sind die Waffe gezogen. Ich bin so down. Ich bin so down. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wo er steht, Mann. Nix kann er. Einstechen. Ein Surgeon kommt. Ah, fuck, Alter. Digga, der ist einfach an mir vorbeigepeelzt. Ich bin jetzt aufgefickt, ne? Ich bin jetzt aufgefahren. 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 Oh, ich habe schon drei Sterne. Ich bin jetzt aufgefahren. 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 Oh, ja. Ja, klar. Klar. Du hast dieses heftige Gewehr, ne? Ich habe so ein billiges Dreckssnipergewehr, Mann. Ich bin jetzt vor meiner Nase spawns, ne? Ich bin jetzt aufgefahren. Ich bin jetzt aufgefahren. Ich bin jetzt aufgefahren. Ich bin jetzt aufgefahren. Ja, glaube ich auch. Das ist es. Ich bin einfach AFC. Die haben mich schon, ey. Du hast jetzt... Ja. Bine, was machst du? Die auch. Die haben mich schon. Die haben mich schon. You, you, you. He, he. A, A, B, A, 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 A. A, 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 A Ich gehe raus, alles klar. Ich werde dich zerstören. Ja, wie geht das nochmal? Ja, du hast dich zerstört, Digga. Und wie toll war er? Wo bist denn du? Wo bist denn du jetzt, ehrlich? Oh, ah. Wo bist denn du? Ja, die stehen hier neben mir. Ach, da bist du. Ach, schade. Alter, bei mir leckt das gerade. Soll ich auch noch? Soll ich auch noch? Warte, geh weg. Geh weg. Soll ich auslösen oder lösen? Wo bist du aus? Ich bin immer passiert. Ja. 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 Ich bin immer aufs Paket gekommen. Mann, ich habe nur eine Rakete geschossen. Jetzt sag' ich auch weg. Ich bin immer aufs Paket gekommen. Und dann sagt's euch das. Und dann sagt's euch, brauche ich ja ja komm her und seid ihr da immer noch da drinnen der missbraucher heißt dann jede und hatten all lock all er kommt merke ich ok der kommt jetzt Oh Gott, ey. Komm ich jetzt auch wieder? Ja, ich hab's gesehen. Was fahren die denn? Den gepanzerten Insurgent? Oder was mit MG? Da hilft nur eins. Hallo. Was kann ich für dich tun? Was Fahrzeuge soll ich sagen, dass du sie fahren? Natürlich. Es ist auf der Weg zum Helipad. Ich bin Meyers auch schön. Moritz auch. Die wollen uns auch aufpacken wahrscheinlich. Schön auch Moritz. Komm Mobi, komm zu mir. Ich stehe. Ich stehe hier mit Raketenwerfer. Links. Die Penner sind unter ner Brücke. Ja. Fahr mal ins Falle, sonst krieg ich die nicht in den Locken. Hier. Wo ich bin. Rechts. Ja. Ich rufe nur mein ... Ey, dann hast du daneben. Super. Ey, Mann. Klar, weil ich sie jetzt jage. Zerstört. BAM, Jungs! Niemand legt sich mit meiner Crew. Die denken sich jetzt auch, what the fuck, was macht René da? Ja. Jungs, ich schlau, ich werde schon Bock machen. Jo, schlau schön. Ja, Ocho. Ach ja. Da ist der Boss. Ach. Mach das. Wir reden bestimmt dann. Jo, tschau. Guten Tag, die Herren. Ich seh da nur, wie auf meine Kollegen losgeht und ich komm da, pam, pam. Ja, du hast mich getroffen, aber ich hab dich trotzdem weggehauen. Und? Hat mich nicht gestört. Ich wollte dich nicht umbringen, Daniel. Ich wollte eigentlich sein Auto nur annehmen. Nein. Wir müssen noch, wir müssen noch hier den überlevelten Typ ein bisschen runter senken. Ja, die sind, die, die beiden sind doch nicht so gut. Ach. Was denn? Du weißt, dass ich den Stream anhabe. Ich weiß nicht, wenn du deine Stimme nicht auf immer zugelassen hast, dann nicht. Warte, dann würde ich mal sagen, ich setze hier gleich mal einen kleinen Cut rein. Ich bin gleich wieder da.